hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play 404 während wir hier weiter durch die gassen der stadt laufen und es immer und immer wieder was zu entdecken gibt was ich immer so faszinierend finde was ist das hey market einkaufszentrum aua 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 natürlich legendärer ranger warum nicht so du auch bitte ja auch noch na und aufhaltsam füllt deine auktionspunkte bei einem kritischen treffer wieder auf nö aua da oben ach echt so da gehen wir gleich rein hurra die spiele sind wieder verfügbar ach das seht ihr gar nicht stimmt dicken wieso schießt sie denn nicht ich nützt den schlammwerfer tatsache so ja genau da wollte ich hoch weil in den dingen müssten ja genau mir hat voller ressourcen stecken genau wie ich die hoffnung habe dass sie in den mülleimer nehmen dann nicht okay dann würde ich mal diese geräusche würde ich sagen wir werden einkaufszentrum wir brauchen ja schließlich inspiration für die burg das einkaufszentrum burg burgwächter und so hat nützt 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 oh ha 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 yo ja stopp ähm weg da sind sie wieder Wer ist das denn gewesen? Oh Gott! Ja, die setzt auch gleich direkt eigentlich alles in Brand. Ne, echt? Wäre ich nicht drauf gekommen. Wen haben wir denn hier? Toll. Äh, da ist ne Tür. Was ist dort und so? Genau wie im verstellbaren Schraubenzieher. Da ist doch auch, ist doch auch ne? Zahnrad. Ja. Hätte ich. Habe ich aber nicht. Also bin ich nicht. Nicht, habe ich nicht. Also da gehst du auf die Straße, das will ich ja gar nicht. Ja, ist aber dann doch so. Hier geht's noch ein bisschen weiter. Da ist die Fahrschule. Bier, 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 bier. Huch, er hat aber, tatsache, viel Schaden gemacht. Hm. Interessant aber. Kampfrüstung. Obwohl ich könnte es mir überlegen. Aber erstmal mal den save. Ja. Neh, war mit. Ich nehme die nämlich erstmal mit. Vorsichtshalber. Bistungswerkstatt. Okay, da ist nichts. Ich dachte eben gerade, da wären Sachen drin. Hier warte ich, nehme diese Kaffeekanne doch mit. Ne, hier war ich ja schon mal. Hier ist nichts mehr. Ich gehe mal lieber durchs Treppenhaus. Und sehe das hier. Na, ist doch was. Okay. Ab geht's. Na, wenn ihr nicht reinwälzt, kann ich dir auch nicht helfen. Ach, Pipey. Ich habe das Gefühl, hinter dieser Tür sind Gegner. Moin. Ähm. Aua. Aua, 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 Aua. Ne. Servo. Fittisch. Ja, mach doch die anderen Schüsse. Letzte, Letzte. Level up. Was, 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 was? Ich brauche einen Standback. Hab ich auch schon 200 von. Meine Güte. Erwartet ja auch keiner. Hei, ei, ei, ei. Meiß noch hinterher. Meiß könnte ich jetzt auch essen. Gegen. Oh, scheiße. Ja, klar ist das, also, es ist, Journalisten machen nichts anderes. So, die haben nichts, die schon. Diese Computer übrigens sind in meiner Mod auch mit drin. Fällt mir gerade nur so auf. Ist ganz cool. Benutzt man eigentlich das Wort cool noch? Weiß ich gerade gar nicht. Mhm. Also eher links. Okay. Einfach. Ähm. Abrockseputzmittel. Guck mal. Aha. Kampfgewehr. Stahl, aber. Was kann ich für dich tun? Du kannst erst mal den Schrottcreen nehmen. So, das ist jetzt nicht wirklich viel. Aber ein bisschen. Äh. Ja. Nun geht da doch mal hin. Ah, okay. Was macht ein Springbrunnen hier auf dem Dach? Nichts, dass man so fragen darf. Höh. Oh, meine heilige Maria in Mutters Namen. Ich habe keine Mini-Nuke oder sowas dabei. Die vielleicht irgendwie geholfen hätte. Wow. Alter. Mini-Nuke. Dein Ernst. Piper. 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 Piper, wo bist du? Ah. Piper. Hey. Du würdest mir ja. Ähm. Sagen wir es mal so, äh. Ziemlich. Eine Freude machen. Äh. Hey. Was kann ich für dich tun? Wenn du. Suchst du was Bestimmtes? Ähm. Also. Wenn wir da draußen überleben. Eine leuchtende Todeskralle. Ist nicht sein Ernst. Ist ein bisschen über unserem Level. Nicht, dass du drown. Äh. 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 Hang reais. Äh, OFツ. Äh. Äh, öh. Äh. Äh, ¿ähm. Äh. Äh. Äh, äh. Oh, 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 oh. Nimm doch bitte mal diese scheiß andere Waffenhand. So, habe ich hier jetzt irgendetwas, was irgendwie... Die macht mehr Schaden. Was war das mit 102? Das macht auch mehr Schaden. So, Pfeiffer, ich habe Angst. Warum denn Flammenwerfer? Pfeiffer, ich will nicht. Pfeiffer. So, Pfeiffer. Hey. Sag einfach Bescheid. Du, die, die, die nehme ich erstmal den Brennstoff. Das geht ja so nicht. Das ist zwar lustig, aber das ist nicht die beste Waffe. Das war euer letzter Fehler. Hey, was ist das denn? Was macht denn der Mutantenhund da? Ich will nicht. Ich will nicht sterben. Gibt sich irgendwelche... Ich habe natürlich keine Waffe mehr. Äh. Habe ich auch keine Moni mehr drin. Alles klar. Alles klar. Aber ich habe meine Ocke verloren. Wie man da gerade sieht, auf dem Standbild. Ja. Hä? Hey. Okay. Ich könnte ja mal ein Psyko nehmen. Denn... Ich will nicht sterben. Nicht heute. Das ist das nicht so schön. Ich kann ja mal sein. Ich muss das nicht so schön. Das ist das. Das war die Idee. Wir haben jetzt was. Äh. Fast. Wieso ist das denn auf mich fixiert? Ich bin doch schon quasi tot. Das kann doch nicht sein. Diese Tür ist meine einzige Rettung. Oh kacke. Äh. Jo. Oh oh. Klick. 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 Hilfe. Ähm. Können nichts jetzt machen. Hoffe ich. So. Oh. Wieso? Wieso? Das ist so viel zu übertrieben. Meine Güte. Wo sind wir hier? Ja, nicht schlecht. Ich trage zu viel. Oh. Hallo? Bald bin ich im tiefsten Schock. Ich habe Angst. Da waren wir safe. Ja, gut, dass ich nach oben fahre. Wo ist Piper? Wenn ich mal so fragen darf. Weil ich kann auch einfach den Helm, das ist jetzt, ich habe ein Level Up. Ja. Hast du Level 31? Ah, okay. Ähm. Was haben wir denn noch so? Das geht nicht. Das ist gesund. Das ist gesund. Gesundheit wieder herstellt. Automatische Waffen nutze ich ja kaum. Weiß wie man plündert und findest mehr Munition. Ja, das sind auch immer so gute Sachen. Aber. Ähm. Ähm. Finde ich natürlich. Du kannst Meisterschlösser knacken. Das ist natürlich immer gut. Ähm. Das hört sich nicht schlecht an. Du bist die Vitalität und jetzt 20, dann nochmal 20. Naja, okay. Das ist auch nicht schlecht. Da habe ich noch mehr Mods. Weißt du, wenn ich überladen bin, kann ich schneller anreisen. Das ist auch sehr gut, aber das brauchen wir noch nicht. Es gibt so viele tolle Quests, ne. Ich kann natürlich auch einfach Special Punkt mehr machen. Ähm. Äh. Äh. Sandman. Was? Nein, ich will nicht Sandman. Nein, nein, nein. Äh. Das sind neun Mods. Ne, ich mache erstmal die, die, die. Ja komm. Da können wir nämlich mehr knacken. Ich denke, das ist auch nicht unwichtig. So. Äh. Den Helm brauche ich nicht. Ich wüsste allerdings trotzdem gerne, wo Piper ist. Hey. Genau. Äh. Mein Schrott. Okay. Das ist vielleicht nicht so wichtig. Piper kann ich mir tragen. Ja, ich habe ja auch ein paar Sachen, die ich sonst trage. Ähm. Okay. Ist los. Ihm. Gut. Äh. Ich würde hier gerne runter. Geht das in diesem Trip aus? Ich gehe einfach mal davon aus. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ich finde es immer so geil, wie hier so viele Busse und so alles noch stehen. Und warum die Türen auf sind, das weiß man nicht. Ich habe auch schon bessere Zeiten erlebt, was. So. Hier kann ich leider nicht raus. Äh. Da muss ich hier weiter runter. Äh. Hä? Okay. Hm. Weiter geht. Das ist ein Stuhl. So. Aber Medics. Ist zumindest nicht schlecht. Das mal Kartuschen nehme ich, wenn ich sie direkt hier liegen habe. Und Folgenende mache ich, wenn ich es direkt hier habe. Also bis dahin.